so leute herzlich willkommen was ihr hier seht ist im endeffekt ich muss gerade ein bisschen leichter drehen preview von game capture karte ich habe und zwar habe ich seit kurzem eine wii u aber ich liebe dieses teil ich habe es in aktion mit marika 8 und jetzt wollte ich mal probieren wie das ganze funktioniert ich muss sagen ich habe das mit dem alten laptop auf windows xp aufgenommen wo ich jetzt auf meinen großbildschirm angeschaut habe auf meinem pc im größeren bildschirm sind mir frameskips aufgefallen und ein paar stellen ist die qualität nicht so gut was eventuell am alten laptop liegen kann aber im großen und ganzen wenn ich jetzt im videobearbeitungsprogramm bin ich eigentlich wieder sehr sehr zufrieden das ist halt die frage ich gucke ganz genau und ich sehe eigentlich keine frameskips wie im video kann sein dass es vielleicht an meinem videoprogramm liegt weil ich war kurz was oder so wenn ihr frameskips passiert dann könnt ihr gerne schreien im endeffekt spiele ich gerade mit rosalina ist nicht meine favorite fahren normalerweise fahr ich gern mit scheide und ich habe mir hierfür aber rosalina genommen für den track weil ich schauen wollte ob ich mit rosalina schneller bin als mit scheide was dann der fall war mit dem setup was sie hat bin eigentlich überhaupt kein motorradfahrer normalerweise mit den karts und das letzte mario kart was ich gespielt habe war damals auf dem ds also naja aber man sieht ich bin gut unterwegs gegen ende im letzten leib werde ich dann den fatalen fehler haben weil ich vollgas irgendwo reinkrache aber im großen und ganzen traue ich mich sagen dass die performance von mir gerade nicht sehr schlecht aussieht und auch die performance vom hauptauge dass du jetzt eben hier im videobearbeitungsprogramm sieht wirklich geschmeidig aus bin gespannt wie es auf youtube aussieht das ist jetzt eigentlich nur mal ein test um zu sehen genau da war sie vollgas rein das war noch nicht der grobe fehler da kommt das nächste runde wenn trotzdem schneller interessanterweise meine freunde meinten müssen wir zusammen aufnehmen weil es ist sicher voll witzig und toll und mache ich definitiv also ich bin ich gerade der beste mario kart spieler das ist der fehler aber ich kann es scheinbar sehr unterhaltsam sein vielleicht noch zu sagen das video hier ist jetzt zwei minuten 46 lang und hat 184 mp im mp4 format muss ich sagen das geht für die qualität bin ich jetzt auch positiv überrascht ich dachte es ist ja viel mehr weil da ist es passiert okay und jetzt vergleiche es eben schade schade weil mein rekord davor war wir sind 148 vier sekunden verkehrt weil ich einfach voll reingehört mit roger lena wird ja alles wieder gut ja so viel zum hauptauge und ja bis zum nächsten mal vielleicht öfter mit aufnehmen